Spaß Sorry, du verstehst nicht den Schwarz-Tumor, oder? Nee, wie? Ich muss wangen, ich muss wangen! Wie ist mein Skib? Bisschen zu f***ig, aber passt schon. Nice Kid, Yves. Danke. Wie hat dieser Streamer gesagt? Der Insekten-Boy? Ähm, Donbysho. Keine Ahnung, wie ist das richtig komisch, Alter. Der das fliegt doch gerade, ne? Auf meinem Wegst. Lass ihn nur nachschauen. Ich hab' den Celtics-Army, ich hab' den 60 Zuschauer. Du, du bist ein Zuschauer. Du bist ein Zuschauer. Die Insekten-Boy ist echt geil, oder? So. Ey, komm, Benni hau's da. Benni, du haust dir jetzt 1MD Tokio aus, ne? Ja. Ja, aber 2M. 1MD Tokio. Ja, aber 2M. 1MD Tokio. Die Geräusche sind sexuell. Wir sind... Ja, blau, blau, blau. Ja, blau, blau, blau. Ja, f***. Ja, f***. Alter, bei der hat. Oh mein Gott, war das scheiße für mich. Ich bin runtergelaufen. 5% im Kopf. Und das nur, weil er meinen Skin hatte, Alter. Ja, hat er runtergefallen, oder was? 5% im Kopf. Geht hoch, geht hoch, geht hoch. Ja, GG, Mann. Ich hab' den Kassiert noch bei Gurenzone hier. Pong, geh in den Kopf. Boah, noch nicht mit Endzone zu. Weil ich brauch' mir zum Safe fahren. Ja, bist du dumm? Ja, hallo, ich hab' mir gewaschen. Boah, wir hatten aus dem Hintergrund. Boah, ist wirklich dumm. Boah, ist wirklich dumm. Ich? Ich bin dumm. Nein, 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 nein. Ich mein' der eine, der es gesagt hat. Ja, Willi. Ich glaub' er uns alle bekommt, Mann. Wahrscheinlich. Ich krieg' den nicht. Ey, wir brauchen ein Paus schnell. Ja. Wie viele andere? Hier, hier. Du bist nicht bei unten durch weiter, ok? Ja, ja, ja. Auf und in ist oben. Damn, Fabi. Ja. Schon jetzt, Alter. Ja. Ja. Ja, wir sind zehn Jahre in der Base gestanden wegen dem Spassi. Ey, lass hinten hoch, oder? Ja. Ja. Wie kommen wir so schlecht nach mit Bo? Hä, wir sind vor uns am Weg gestanden auf dem One-Stack. Wir konnten nicht hoch. Da hängen, konnte der? Ja, muss ich. Ja. Und lass einfach auf Deathmatch spielen, ne? Nein. Spinner. Wir müssen jetzt eh hinlos sein. Hä? Ist das grad sein Ernst, oder? Ja, chill jetzt mal, Leute, Mann. Ja, chill jetzt doch gerade. Ja, chill jetzt doch gerade. Ich hab so Bock auf Deathmatch zu spielen, Mann. Ja. Junge, der bockt. Ja. 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 Ja, dann. Durch die Stärken. Nein, nein, die Städt nicht. Wonstig, wonstig. Alter, sag doch, er. Oh mein Gott. Lois. Wie hat der dich denn bekommen? Denieses Mann. ja junger was kann ich wenn er auf mich drauf springt wenn ich den uns beim akkord wegseite da ja warum wir nicht specs ich bin doch da ja ja ich kann nicht spaß das war pommets oder das an der jetzt so beweg ja ja soll ich hohe das ist ja noch hoch bringen kann ich auch durch kassel mit sogar diese teilen ich habe noch 50 ich bin da ich bin da auch noch mal noch mal einer noch mal einer ich habe den in der luft getroffen denis bleibt der punkt noch ender chest mitnehmen ja 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 dann wieder Ja nimm du. Ja dann ist denis alleine. Aber ich hoffe das denis. Geht schon. Ja Pong ist jetzt oben. Die können auch kein MLG mehr machen. Weil Pong sie abzunehmen. Gut, gut, gut. Wenn Pong AIM hat, ja. Habe ich nicht dein Handy gehört Pong? Man müsste so etwas einsparen. Wenn Pong sein Handy nimmt, dann hörst du zum Alarm. Danke zum Stromschlag, Alter. Die haben zwei Bows oben. What the fuck? Denis, MLG? Emilti? Wo? Und schafft Vira. Hat sie schafft? Du bist immer so witzig. Kann ich meine Coup wieder haben? Ja, ernsthaft, Alter. Kann ich meine Coup wieder haben? Nö. Sieg's ehrlich. Pong, Pong, da muss ich mehr drauf. Vira, hast du Endotests? Weißt du was ich mach? Oh Pong, Alter, du Biss. Vira, die schweißt du in die Coup runter. Was geht? Vira? Warte kurz. Vira? Ja, wie wirst du deine Sache entschuldigen? Ja, gib mal Leitern und so. Ja, ich dachte, dass die werden runtergesprungen. Weil da ist auch jemand gefrungen. Mhm. Ja, das ist ja. Vira, haben jetzt Endotests oben. Ja, haben wir, haben wir. Schieß ab! MlG, 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 MlG. Oder? Das sind wir hier. Wir haben euch halt weiter, halt. Was? Wonstack einer. Ja, ich hab keinen Po. Achtung. Äh, Leute. Äh, Jus? Äh, Pong? Ja, ich kann dir nicht so aufschieben. Ja, äh, Pan. Jus, bist du da? Wenn du nämlich wegkommst? Naja. 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 Ich hab's ja gesagt. Ich hab's ja gesagt. Ich hab's ja gesagt. Ich hab's ja gesagt. Du kannst es nicht. Das darf man das Backbone sogar nicht. Was? Spaß, Alter. Du bist ja bezogen. Ich find Eis ist so ein witziger Mensch. Oh, das klappt. Äh, haha. Ja, nein. Eis ist so, so, so unberechenbar. MlG. Wir hatten eigentlich schon vor 6 Minuten gegen die. Warte, ich sag dir mal, dass wir gleich können, ne? Nicht, dass wir... Wir spielen schon gegen die. Ich spiel' schon, Benni. Echt? Ja. Da steht schon 1-2 für uns. MlG. Wir hatten eigentlich schon vor 6 Minuten gegen die. MlG. Ja, ja. MlG. Das? Von mir. MlG. 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 Ja, schau wenn du das die ganze Zeit, ne? Und irgendwann hör' ich nicht mehr auf mich. Warum halt dein MlG? Ja, ne, dann hör' einfach immer auf ihn. Ja. Er hat gesagt, er mit schiegt gleich. Ja. Dann spring' da gleich runter. Ja, dann spring' da gleich runter. Ja, pass' auf. Er wants das. Das Problem ist halt, der muss sich halt einmal wegmachen. Ja, das ist das Wetter. Da kommt auch einer. Okay, okay. Wenn die sich kommen. Ja, ja, ja. Oh, der eine hat... Ja, beide... Oh, oh, oh. Wo ist die Ender-Chest? Wo ist die Ender-Chest-Punk? Krasse Wut. Ah, schon geschossen. Ja, bitte, ein bisschen unten. Wie die da oben einfach zwei Bows haben, die uren Söhne. Die uren Söhne? Ey, gestern erst das Spiel, ne? Wir haben ja so, ähm, 200 verloren gegen, äh, keine Ahnung, gegen so Randys, ne? Und dann hab ich ja, der eine so GG-Hashtag... Ja, wie heißt der Klan noch mal? Ja, keine Ahnung, gleich hab ich einfach auf die Fresse, Junge. Wie passiert jetzt was? Ich weiß nicht. Und die Minecraft-Polizei wie? Ja, ja, ist so. Ich geh mal vom One-Segway, oder? Hm, ja, wenn die mit zwei Bows so umstehen, wüsste ich... Der mit zwei Bows, das klingt nix. Ja, der schießt, ne, du kannst versuchen mal unten durchzubauen, dann müssen wir nicht drei Bows machen. Ja, aber wenn... Ja, aber wenn... Dann müssen wir unten auch noch... Ohne Perle, Jus, ne? Dann sind die doch noch mehr unter Druck. Ja, Jus, Perle, was meinst du? Ich bin über denen gleich, ich kann Wettbewerb machen. Ja, ich bin... Vira, bau einfach mal unten lang. Ähm, blöcke... Ja, 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 blöcke... Könnt ihr mal Food senden? Genau, Dennis, bleib so. Ja, wo ist... Wo ist Energy's? Ja, warte... 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 Nein, die... Ich hab die Energy's ge... Ich hab die Energy's ge... Ich hab die Energy's ge... Geplaut. Ich hab die... Ich hab sie geklaut. Weil... Ich vapor mich plötzlich über den Base und kann die Schafe umzumachen. Ach so... Und macht einfach ne neue. Dennis, mach die Schafe für Dings, ja, ich mach das ab. Warte, ich kann die Food droppen. Na, warte... Warte, 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 warte Das ist eine eklige Frau, oder? Nein, 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 nein. Das kam gerade so. Jus, 13 Dings haben wir, ne? Bist du stärke Plattform? Nee, nee, TNT, Doppelplattform. Du bist das Panda-Oji, Alter, oh shit, man. War klein und war der erste Mal. Das ist nur ein zweiter Kahn. Soll ich die Bows von denen wegspringen? Nee. Ich kann mit scharfen Bowen von denen wegspringen. Ja, aber wenn die den Safe und das alles verkacken. Das sind wirklich perfekte Aims, ja? Ach so, du meinst du, ach so, du meinst du. Komm, wir haben ja mal 1 Sek, wir sind alle Base jetzt von denen. Nee, keiner kommt 1 Sek, glaube ich, gerade. Jus, drei Schafe sind drin. Warte, die dominieren. Ja, tut die ja nicht. Also, bisschen, also, naja. Jus, willst du jetzt machen? Was machst du jetzt Plattform? Genau. Ich schau mir jetzt die Lade an, gleich. Ich mach noch Full Equip für dich, erstmal. Oh, Jus, Alter, was wird jetzt passieren? Also, warte, nein, das hast du... Es ist in der Luftblech explodiert. Ich wollte mich verarschen, Alter. Ich glaub. Ich dachte ein bisschen Hürte, Alter. Jus, du hast hier Full Equip, also... Das Schaf hatte Husten, Alter. Hä? Hä? Ist das da rüber gesprungen gerade? Was ist das für ein Schaf, Alter? Die sind so kressig, Alter. Ist es down, oder? Warte, das fickt den, glaube ich. Nee, das ist runtergekommen. Alter, was war das denn Schaf? Wie wird das gesprungen? Wieder Schafe, Jus. Haben die TNT-Shots gebaut? Ja, machen die gerade. Wie viel ist denn Space und den? Wie chillen dann wird die ganze Zeit und ich mach einfach ewig viele Schafe dann. Okay, okay. Alles klar. Na geh, soll ich hochgehen, ne, oder? Ja, du kannst mit Non-Equip, gib dein Equip in die Tests und dann kannst du... Ich glaube, die bauen einen dummen TNT-Shots, oder? Kann man vorbeidroppen. Warte. Ja, ich...ja, kann man. Du brauchst eine Platte, ignorier das dann aber dann die unterste. Ah, nee, warte, die bauen jetzt so schrägen TNT-Shots. Die wissen, dass du Schafe machst. Ja, ich will über TNT machen. Hä? Hallo, hier ist der Linawa. Ach man, Jus. Ich raff die mit meiner Angel. Nein, ich hab die Schafe existiert. Hey, was sonst, der Mensch? Warte, genau da musst du spielen. Oh mein Gott! Die Schafe ist... Oh, fuck. Alter, wie schlau war das, Alter. Das ist eigentlich richtig schlau, du musst einfach nur am Weg an... Ja, ja. Ich hab nur eins gedoppt, Vira. Ja. Also, wir können weiter neu machen. Ja, genau. Willst du wieder eine neue? Ja. Kommt sofort! Wir müssen erstmal deine Hürten-Skills sehen. Ja, siehst du jetzt vielleicht mal. Let me look in your eyes. Hit the OT. Jus, yeah. Aber Jus, du musst dabei nach hinten rennen, wenn du es scharf machst, sonst schubst du es runter. Oder letztlich vom Weltgleich. Ja, nein. Ich spame die nicht weg. Jetzt gehe ich auf die Base dann. Warum machst du es eigentlich mal über den anderen Typen? Der steht viel unsafer als der, wo du gerade bist. Ich bin so vor, mich da hinzubauen. Ich kann noch mal hochfällt, ist gut, Punkt. Der nächste darf ich? Ja, ja mach. Die werfen mit instant Ender-Parte, wie not the crew. Haben die Ender-Chests oben? Nein, aber die können instant hochkommen. Gerade kommt volle Köp, der die ganze Zeit Base war. Der steht noch dein Leben lang, du oder hast du? Soll ich mir eine Rot machen und richtig try on? Oder soll ich mir ein Eisenschwert machen? Ja, kein Eisenschwert nicht. Nein, Eisenschwert nicht. Ich mach mir eine Rot. Wie viel Gold haben wir? 20. Mach EP-Stärke. Wir rechnen deinen Account in 30 Tagen einfach Heil Vira. Als Top, Junge. Nein, 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 mach nicht. Komm zu kurz. Aber für den nächsten, ne? Da hast du ja gleich was. Was macht ihr da? Ey, warte, ich mach's. Ich komm gerade. Der hat ein bisschen Eis. Der hat Eisenschwert, oder? Der hat EP. Der hat EP in der Hand. Der hat EP in der Hand. Deniz, Stärke, ne? Deniz. Nehmen wir raus, nehmen wir raus. Ja, ne, Alter. Hast du rausgenommen? Oh mein Gott. Hast du rausgenommen? Nein, ne, weil ich machen kann gerade rein. Ihr habt nur Stärke. Egal. Ey, was war denn da drin? Ja, Ender-P der Stärke habe ich gerade gemacht. Hast du Stärke dafür, Jus? Ja, dann haben die ja 13 Gold gegen 13 verschwunden. Die haben 13er Bo, Junge, oder? Ja, ne. Könnt ihr nicht haben. Oh, da schaut euch raus, ja. Alter. Okay, das war knapp. Hey, warum sind die überhaupt so weit gekommen, doch? Ja, Ender-P der oben. Naja, hab's gesehen. Wusste ganz genau. Dann muss er starten, genau. Der hat aber nur eine Rolle gehabt, ne? Der hat aber nur eine Rolle gehabt, ne? Der hat auch verdoppelt, ne? Der hat auch nur eine Rolle gehabt, ne? Der hat auch genug gehabt, ne? Na ja, gleich kommt man an sie. Hey, wir haben noch Base, Jus, komm. Und nicht ich. Komm mal es auch ab. Jetzt365, Jus. Komm, schießt ihn ab. Also er hat jetzt die Perle gelootet, ne? Ja. Mach mit mir Schafe. Warte kurz, Jus. Aber der hatte nur Enderperle, ne? Ja. Hat der auch Eisenschwert? Ne, komm ne, sonst hätte er mich getötet. Und so fliegt er nicht. Hey, Wonstock, 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 Wonstock. Spex, hi. Okay, jetzt können wir alles selbst sehen, theoretisch. Ja, da fühlt sich eh selbst, blieb mir leider, und so Gott. So, hab ihn. Ja, oben ist nur einer für MLG, da der hat einen Steinpicker. Na, komm, mach ich immer neue Schafe. Ja, ich mach. Bong, du kannst ihn in der Rechts-Hit-Boxen. Jus, ja. Ja, Benni, das sei nicht falsch mit dir. Spex-Chat, diesen Sch... Ah, hat er... So. Und er macht gleich was. Snow, bist du da? Was, ich? Ja. Was, ich? Oha, Snowy. Wieder mit dem Führer nicht zuhören. Nee, aber ich will da so was anderes neu. Okay, okay. Ich tu mal in die Kopf, in die Ender-Schutzung. Der eine ist... Der macht doch kein MLG-Doh, oder? Der, der hielt sich. Ah, glaub, es wird auch irgendwas? Soll ich MLG... Soll ich MLG auf den Bow von denen machen? Du Bier? Ja, ich weiß nicht. Und da Bowli, Mirja. Okay, so. Mach der. Äh, da kommen wieder... Die wollen jetzt alle zu zweit mit Full-Ecrypt draufgehen. Ja, warte. Den einen kannst du abschließen, Pong. Den hast du ja nicht. Äh, die wollen nicht nachbauen. Mach Rettungsflattform. Rettungsflattform. Mach Rettungsflattform. 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 Es sind alle vier oben. Rettungsflattform. Ja, warte, Mann. Chill doch. Punkt schießen ab. Alter, da ist das... Da ist das... Da ist das... Da ist das Spielzeit. Vira, mach einfach... Jetzt am besten niemanden töten, Leute. Versuch... Ja, okay. Ich hab... Ich hab... Go, Yuz, go, go, go. Yuz! Wenn du's verkackst, Alter, ich... Fick deine Mutter, Alter. Oh, Yuz. Jetzt... Stärke, Yuz. Hab keine Stärke. Hab's vergessen, oben. Egal, egal. Der hat ein Schwert, der hat ein Schwert. Pass auf. Yuz hol den. Wenn du's verkackst, Yuz. Pass auf, da kommt jetzt einer. Yuz. Das verkackst du jetzt nicht, oder? Pass auf, brauch schon ein Bit ab. Was machst du? Der kann nichts im PvP, den kriegst du. Ja, nee, aber... Ja, ich war low. Du hast die Stärke nicht mitgenommen. Der war mit zwei Blöcken weg. Ja, Stärke war noch in den Stress. Vielleicht. Komm! Ist ein Ruderson, aber... Ich hab' einfach Essen. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Da, vor unserer Base, snackt einer. Wirklich? Ja, also über unsere Base. Ja, also über unsere Base. Einfach so drüber. Abbau unten. Dennis, ich geh. Jetzt hab's gepassiert abbau. Kann nicht so ein Base, drüber. Wo hin, ist denn? Aufsteck der Lüt wo? Da, hier, okay. Ja, genau über uns. Warte, schau mal. Ah, das dumme ist... Da springt, Dennis. Wer bekommt das? Ich hab den. Das ist dumm. Oh man. Schade. Ja, ey. Ey, der kann runter schiessen, man. Miri, du nicht. Eine Tinger, man. Jus, hast du noch mehr Schafe? Ja, mach Schafe. Ja, ey. Sparte eigentlich den ganzen CW über für Jus Schafe, Alter. Ja, warte. Pumpe, sitzt noch einen Bogen, oder? Ich hab noch keine Hürden. Ich hab noch keine Hürden. Du hast diese Runde gesehen. Ey Jus, Pumpe auf Bow. Bist du wie? Ich bin oben. Aber ich kann eine aus der Initiative runterschmeißen. Ja, oh shit. Ich komm wahrscheinlich nicht ganz hoch. Pumpe, hast du Blöcke? Ja, ja. Mach's doch halt, warum hast du keine Leitung gemacht? Ja, hab ich's vergessen. Ich dachte, ich bin schon mal entzogen. Hm. Ich brauch immer noch. Ja, dann bau dich aber seitlich hoch, dass du da gleichzeitig noch einen Schutzen hast, weißt du. Ey, Monster kommt einer, hat man nicht gut. Und du bist abgeschossen von den linken Bogen. Ja, da kann ich eigentlich nicht treffen. Ja, ja. Lass mal hochgehen. Ich seh's, ich seh's, ich bin da. Ich warte ab. Alter. Wir müssen das nochmal ab. Ja. Ja. Weiß hier, heute ist es noch nach oben. Wir kommen Bogen. Äh, ein bisschen noch. Warte, ich drücke mich hoch zu stacken und... Achtung. Wenn ich paar Blöcke verliere, komm ich nicht hoch. Ey, der will chest looten. Ja, ja, ich seh's. Ist das ein Ender chest? Ich hab alles in den normalen chest. Ender chest ist Boat drin. Wenn die jetzt... Kannst du jetzt für Pong Boat nehmen? Ich bin nur ein paar drin. Ja, chill, du wirst noch nicht hoch. Okay, dann pass... Warte, los, ich kann die Leiter noch. Pong jetzt Pong. Der will chest looten. So ein Do-der-team. Dann baut er noch so einen kräslichen Weg, Alter. Ja. Okay, ein Boat Ender chest. Erst ein Ender chest Blöcke in Ender chest. Junge? Achso, du weißt, wie Pong ist, ne? Ich hab Boat, ich hab Boat. Ja, Dennis, du guckst jetzt. Du guckst jetzt, ne? Ja. Boat drin? Ja. Ja, essen dann noch. Und blocke noch. Ja. Du musst doch jetzt Pong ne Boat troppen, oder nicht? Ja, Pong fängst du? Ja, klar, Mann. Lucky Jordan. Komm, komm, komm. Ja, warte mal. Geh mal rot, geh mal rot, Dennis. Zwischenplattformfeld. Oh, nice. Essen noch? Alter, es gibt was irgendwie gebrochen, Alter. Ich kann auch noch essen noch. Essen hab ich ja vor. Das war so kurz von der Kante, ne? Das sind, glaube ich. Ich hab zwei Herzen. Ich hab fast auch vorbeigeworfen. Ja, du schießt mich ganz so laut. Du bist so um ein Block, hier. Ja, schon wieder auf. Das war alles geworden. Der ist weg. Nein, ist noch nicht weg. Der nächste Nimmstisch an meine Rob's. Hier, ich hole den. Ich glaub eine Person. Digga, tu, digga, tu. Ah, ich schieß nach. Was machst du? Essen. Hab den. Guter mal. Ja, ich tüß. Kann ich Böcke haben? Ja, eins noch mehr. Ich bring dir. Wir können wieder alles in die Endung schluss tun, theoretisch. Doch, du hast auch Full Equipment 3 ab, so. Ich hab ja Level 3 bloß nicht gemacht. Ja, Digga. Ich dachte, es ist keiner weiß. Du musst essen, denn ich. Ne, er ist gut, aber ich will dann essen. Die haben gerade Rogen gemacht. Ah, mein, später. Okay, wir haben locker 20 Schafe. Ja, wir müssen halt noch safe irgendwo. Ne, oder? Ja. Ja, der wird ja auch nicht schaffen. Ja, für am Fluss. Herr Sophie ist da drückwarten zu gehen. Juhu! Nein! Luke, da, aber schießt ab, schießt auf, ab. Was macht der Typ? Was habt ihr gemacht? Keine Ahnung. Mir ist langweilig. Juhu ist verlacht, ey. Juhu war's gut, das war's. Ach komm. Wo ist denn, wo ist denn, wo ist denn? Ey, ich bin, Juhu, ich bin eh nicht. Ey, ich mach mal was produktives, Alter. Ja, ich mach jetzt immer die. Wow, die ist produktiv. Ja, auf den Bau von denen, willst du es schauen? Ja, probierst. Ja, wenn du in einen wegkommst, Düs. Warte, ich kann nicht sagen, welche Höhe das ist bei diesem Bau da. Warte. Bei dem muss ich hinschauen, ne? Ja, ja. 153 und die Hauptmogen. Mach mal bloß. Ich bin genau 100 höher. Was bist du jetzt? Ich bin genau 100 höher. Ich bin genau 100 höher. 150 was. Einfach mal springen, oder? Oh. Okay, springen, oder? Das ist krasslich, Alter. Du bist nicht 100 höher, du bist... Äh, 101. Ja, du bist 101 höher. Oder hättest du laufen sollen. Oder die Höhe. Oder die Höhe. Die Höhe packt er halt, ja. Pfff. Boah, scheiß doch, Mann. Pfff. Wie lange noch, bis das Bett weg ist? Fünf Minuten, ne? Okay, dann mach ich noch einmal mit dem G und dann geh ich hoch. Und dann, wenn die in der Base sind, drop ich alle Schafe. Okay, Denise kannst du noch mehr Schafe machen. So, dass wir... 25 hier haben. Okay, da kommt einer wieder. Wo warst du? Ach, du hast da oben schon die Plattform gemacht, wo du ihn dann shoppen wirst, oder was? Nuh. Ich will den Alter vergessen, fuck. Ich will den Alter vergessen. Ja, ist super, Alter. Wie viele Blöcke hast du? Wanns nicht. Nice, Jules. Hä, Leute, der raff dich nicht. Jules, süß, ich schenk wieder ab. Der ist komplett weh not. Jetzt raff der dich. Nein! Oh, shit, Junge. Oh, fuck. Der Digga, der hat mich sonst getroffen. Wir haben 21 Stoffen. Ey, boah, stack dich, Vira, stack dich, stack dich. Der ist nicht in seiner Base. Glaub mir, glaub mir. Der ist jetzt gleich in seiner Base. Du kannst auch ein bisschen höher. Jetzt ist er wieder drin. Okay, einfach rush ich den noch. Du wirst abgeschoppt von der Seite, genau. Ja, das sind jetzt drei Leute oben. Pass auf, von der Seite. Du, gerade noch. Pass auf, ja. Jetzt kommt noch ein anderer. Ja, kein Dings mehr. Ich würde jetzt auch auf den drauf gehen und ihn damagen oder so. Nice! Hä? Ich zog den Daumenis. Nein. Hab ich mal überkommen? Ja? Ja. Ja, oh, shit, man. OP, oder? Soll ich auch schon reconnecten? Ich bin schon oben bevor. Ich könnte eigentlich amity machen. Er geht runter. Der eine Typ ist einfach runtergelaufen, weißt du, weil er dich töten wollte und dann ist er da runtergelaufen. Ist der amity frei? Ja, warte. Ja, warte. Wenn wir das dann noch bekommen haben, wir oben safe. Ja, warte, warte, warte. Ich schieß nicht. Du hab nur Asse. Da kommt jetzt ein... warte, ist der... Nee, er voll... Genau, Jus, genau so. Geh wieder zu wenig Blöcke, fuck. Komm nicht hoch. Du hast noch Stärke, oder, Jus? Hast du einfach getrunken, oder? Ich baue das ab, das ab. Ja, Jus, geh einfach weiter nach vorne, der... Hab nur 10 Blöcke. Ja, und? Ja, geh einfach, Junge. Jus, jetzt geh, 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 geh. Geh, dass Vira dann machen kann. Ja, einfach jetzt, Vira, kommt drauf. Aber da unten ist noch einer, ne? Guck mal, Jus hat's geschafft. Vira, du musst ihm heut schon helfen. Wir hätten's Zeit drauf gehen sollen. Ufa, 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 Ufa. Der Einer ist down, komm. Wir können über uns Deck Eisner nach. Ach, schade, schade, schade. Aber ich hab... Wie lange noch? Die Jus hat's noch viel... äh... noch zu drei Minuten Zeit. Ne, wir scharfe Jocken auf jeden Fall. Oh, das nicht. Ja, klar. Ja, jetzt... 64 Eisen, Junge. Lebt der Bau von denen hier noch? Äh, der Einer, ja. Boah, der... der muss die ganze Zeit singen. Der ist so low, ne? Nicht mehr lange. Jetzt hat jemand anderes Bauch. Gidi. Okay, Jus, jetzt wird's wieder ganz hoch? Nicht ganz hoch. Ach, ich war schon auch immer so. Du hast ja drei Bogen. Ich glaub schon, dass die drei Bogen haben. Oh, na, safe. Bringen wir am Punkt mehr Blöcke und so, damit... Es ist halt wirklich der drei Bogen. Wer von denen? Wecks. Ich komm hier wieder safe hoch, oder? Weiß. Die Maratuni. Äh, wo meinst du? Ja, der durchsteigt. Ja, klar kommst du da hoch. Oh, ich geh mit drei Bogen. Ich geh jetzt mal hoch, safe, dass du... Du kannst eigentlich einfach drauf... Oh, mein... Ich könnte vielleicht... Ja, du kannst einfach zu... Ah, ne, warte, das sind zwei Leute, chat. Ja, drei, weißt du? Ja, drei, weißt du? Wäre geil, wäre wirklich gut. Ich kann... Hey, ich könnte so schocken auf die es trocken. Äh, gib mir mal deinen Bohr. Du, ist eine Minute, ne? Dann es wird weg. Ja, ich geh so, ich geh so. Du bist bei einem, man. Äh, warte, warte. Pong, hast du ne Änderschössung? Nee, eben. Youth hat ganz oben mitgenommen. Ich kann droppen. Ich kann droppen. Ja, okay. Pass auf, ne? Ja, da mach noch mal ein, da mach noch mal ein für Dings. Ja, Pong noch. Ja, ich hab drei Sekunden, Leute. Und dann... Gibt er mir den normalen Bohr. Ja, ich versuch einfach nochmal gleich rauf zu gehen. Boi! Boi! Oder was hast du für ne Pickaxe? Was hast du? Dein. Ich würd... Ja. Ich kriegste ja noch einen. Oh, Pong dich noch. Du schieb... Abett, jetzt weg. Abett, jetzt weg, Leute. Chill. Ich hoffe, die treffen mich nicht. Ja, das schwer ist... Also... Bist du oben, Jus? Ähm... So gut wie, denke ich. Hat Pong drei ja Quill. Pong ist Energes. Ja, schon. Ich kann Pong alles droppen. Ja, mit bisschen mehr Blöcke vielleicht. Ja, sofort bin ich noch nicht ganz oben. Er macht mir einfach volle Quick Base. Soll ich die mit 13 da weg sprengen? Könnte ich machen. Ja, ja, gut. Wenn Pong hat 13, oder? Noch nicht. Noch nicht. Oh, shit. Wir sind Pong halt noch Staffs fliegen. Ja, noch nicht Wurst brauchen. Ja, noch nicht Wurst brauchen. Wurst Pong. Ah, da ist Pong. Wir können Pong alles machen. Mach mir noch Helm und... Ich mach dir noch mal Ender-Jazz, oder? Jus, damit du ganz oben noch mal einen hast. Ne, ich hab schon eine. Ich kann alles zu Pong runter droppen. Ah, das ist gut. Ich mach mal Eisenschwert oder noch Warten. Hier hast du noch Schafe. Jus, hör ich Eisenschwert. Äh, da. Pong, wo liegt der? Wo, wo, wo? Vorne. Vorne. Hast du? Ja, ja. Ich kann noch... Gib noch Blocke, gib noch Blocke. Jo. Dann mach doch noch eine. Soll ich die mit 13 da weg sprengen? Jus, dropp ein TNT auf die... Äh, da wo die sind. Damit kannst du zwei killen. Ja. Soll ich wachen? Ja, ich kann nur Schafe teilen, wenn es geht genauso. Ja, ich dropp die Ängste runter Jus, dann laufen die den ja hinterher. Ja, ja, aber die laufen eh eh runter auf dem Weg. Die sind beide immer noch oben? Ja, ja. Die haben nix. Jetzt, 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 Pong. Yes! Ist eine zurück oder lebt ihr noch? Ist nur eine oben. Dann gucken wir noch beide. Muss noch ein bisschen weiter rüber, Jus. Noch ein bisschen. Ja. Bisschen weiter, okay. Ja, die rennen, die rennen, Pong. Ah, fuck. Ne, einer ist nur da. Ja. Wenn ihr mir Bo oben rein tut, dann kann ich die runter schießen. Ah, fuck. Ne, der andere ist auch schon unten. Ja, ne, wir dürfen nicht schon von Gold finden. Ja, dann soll ich EP Stärke werfen? Hä? Lass doch die Schafe uns doch machen. Ja, dann gib mir 13er irgendwie. Pong werft einen runter und gib ihn mir in der Schuss. Dann kann ich die Spare mit, nachdem die Schafe gemacht hat. Na ja. Probier. Mach Pong. Pong hast 13er, bitte? Ja. Ja. Ja, die brauchen eh noch. Wie viel Gold haben wir noch? Wir haben noch 14. Bist du Eisenschwer? Mach nochmal ein 13er, oder? Ja. Stärke haben wir doch auch noch. Ja. Ja. Ja, mach nochmal 13er. Ich könnte noch Food brauchen, Leute. Hier, 13er ist drin. Brauchst du noch einen Pfeil? Ja, mach Pong und dann schon mal eine restliche, cool. Prostit, äh, 7 equip. Ja, please. Ja, und Haltrenke für mich. Speedrunken für mich und so. Alles kommt, Jus. Alles da. Ja, ey, mit Level 3, Pong doch. Wieso schirrt der nicht? Ja, Haltrenke für euch. Was brauchst du noch Pong? Du equip. Ja, geil. Ja. Was sonst noch? Schwert Level 2. Drop it, Schafel. Ja. Ja. Schreib die M ohne. Ich schreib das. Ach, willst du den Ufer oder was? Nein, ich dropp den Enderchest. Wo? Ah, hätt ihr nicht? Ja, gseh ich gerade. Kein Enderchest bei mir. Ja. Ja, gseh ich gerade. Nimm noch rum. Ja, ich heiße aber gar nicht. Ich bin nicht oben zu stark. Komm, achten. Du sollt von runter gehen. Ja. Okay, okay. Egal, ich brauche. Warte, was haben wir jetzt für Bögen gemacht? Haben wir noch einen Normalbogen? Ja, 2-13er haben hier. Ja, dann Pong hast du noch deinen Normalbogen. Ich schreib noch deinen Normalbogen. Ich schreib noch mal. Hast du noch deinen Normalbogen? Ja, ich hab noch einen Normalbogen. Ja, dann gib mir den. Oh, das wäre knapp für die. Sommer Juni gedenk ich mal down. Ja, Sommer Juni down. Nice. Der wird 13er gehabt haben. Der wird 13er gehabt haben. Die kriegen jetzt noch mal. So, das ist jetzt noch mal. Einer ist mindestens weg, ne? Die Runde ist intense, Alter. Alter, fett, Mann. Ja, kalte Hände. Was? Wolltest du mal. Wolltest du, ob ich es mache? Ja. Bist du an der Endertest-Pong, oder? Äh, ich bin unten bei euch, Leute. Ich hab vorher hier getroffen. Hä? Oh, Lone? Hey. Okay, wer will mein 13er? Wer ist das mit? Gibt Denise, ich geh, ich geh ins der Mitte mit Stärke. Ja, dann mach mir Speed oder was auch noch. Haben wir schon. Haben wir schon. Guck, Enter Jess. Wie viel Gold kriegen wir noch? Ähm, nicht mehr, nur noch einen für Eisenschwert. Dann nimmst du Eisenschwert. Dann nimmst du Eisenschwert, ich hab das, äh, Zweier mit Stärke, okay? Ja. Wir können noch einen. Einer kann noch Bogen nehmen. Einer kann noch Bogen nehmen. Mach keinen Zweier, Bo. Nein, nein, Dings da an. Jus, nimmst du, willst du Eisenschwert? Ja, dann mach mir Eisenschwert. Ja, dann mach mir Eisenschwert. Ich, willst du noch Stärke oder soll ich Stärke nehmen? Hm. Du, du. Ich weiß nicht. Ja, mach. Ich hab zwei schon. Also, Potten. Wie lange noch? Jetzt. Ich war noch Food. Ich rufe noch einen Ghost, oder? Go. Danke, dann. Hallo. Ich glaube, es ist auch gleich verbraucht. Oh mein Gott. Da. Ja. Ich renne in die Mitte. E.K. Ja. So, ja. Erstmal hier. Um, sehr keine Stärke. Achtung, der kommt auf euch. Bei euch hab Lex. Bei mir Lex, bei mir Lex. Bleibt einfach an der Mitte. Dann habt ihr den. Hab den dreimal mit, hab ihn. Ah, ja. Da geh ich drauf. Nee, drauf, geh nicht drauf. Komm, 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 komm. Ich bin, komm, 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 komm. In die um der Stärke. Ja, ich weiß. Pass auf, fang der Ding, äh, Dings da. Was ich mach, Jus. Ciao. Ciao. Nur noch Predi. Der hat auch stärker. Ha, ha, ha. Post beim den einfach. Oh, wir rollen. Er ist gewonnen. GG, GG, GG. Ja, ja. Ey, das ist so geil mit dieser. Ja, ja. Das ist so geil, Alter. Das hat nichts mit beiden was zu tun. Okay, wir haben locker dann 20 Schafe. Ja. Ja. Ja, wir müssen halt noch save irgendwie. Ne, oder? Ja. Deadmatch, ja. Oder die Schafe, ne? Ja, für am Schluss. Ja. Was macht der Typ? Hör auf, du hast hier raus. Jus! Nein! Hör auf, schieß auf, schieß auf, schieß auf. Hör auf, schieß auf. Hör auf, mach den Typ. Was habt ihr gemacht? Keine Ahnung Mir ist langweilig Ich hab Jus verlacht, ey Jus, was? Das ist gut, das ist ja Komm, 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 komm Na den Ey, Jus, du machst eh nichts Jus, mach alles produktiv aus, Alter Ja, ich mach jetzt MLG Wow, die ist produktiv Ja, auf dem Bau von denen, möchtest du es schauen? Ja, probier es Ja, wenn du einen verkommst, Jus, dann hast du nichts Warte, ich kann nicht sagen, welche Höhe das ist bei diesem Bau da Warte, bei dem muss ich hinschauen, ne? Bei dem muss ich hinschauen, ne? Ja, ja 152 und die Hauptmogen Mach doch bloß Ich bin genau 100 höher Ja Was bist du jetzt? Ich bin genau 100 höher Genau 253, was Einfach mal springen, oder? Oh Okay, springen Das ist krasslich, Alter Du bist nicht 100 höher, du bist Äh, 101 Ja, du bist 101 höher Oder hättest du laufen sollen Ja, ich bin ja nicht Von an die Höhe So Na Die Höhe packt halt, ja Pfff Voll Boah, scheiß doch, boah Wie lange noch, bis das Bett weg ist genug 5 Minuten, ne? Geh, dann mach ich noch einmal MLG und dann geh ich hoch Und dann, wenn die in der Base sind, dropp ich alle Schafe Deniz kannst du noch mehr Schafe machen So, dass wir 25 Wo warst du? Ach, du hast da oben schon die Blattform gemacht, wo du ihn dann shoppen wirst, oder was? No Hier wieder Leiter vergessen, fuck Hier wieder Leiter vergessen Hier wieder Leiter vergessen Wie viele Blöcke hast du? Wanns nicht Nice Jus Hä, Leute, der raff dich nicht Jus, 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 ich denk wieder ab Das ist komplett weh not, jetzt raff der dich NEIN! Jus, Junge Oh, fuck Der Digga, der hat mich sonst getroffen Wir haben 21 Schafe Ey, boah, stack dich, Vira, stack dich, stack dich Der ist nicht in seiner Base Glaub mir, glaub mir Der ist jetzt gleich in seiner Base Du kannst auch ein bisschen höher, jetzt ist er wieder drin Okay, einmal rush ich den noch Du hast abgeschoppt von der Seite, genau Das sind jetzt drei Leute oben Pass auf, von der Seite Du, gerade noch Pass auf, ja Komm Jetzt kommt noch ein anderer Ja, kein Dings mehr Ich würde jetzt auch auf den drauf gehen und ihn damagen oder so Nice! Hä, als ob der Daumen ist Hab ich mal, wer kommt? Ja Ja, oh shit, man OP, oder? Soll ich hoch damit, boah? Ich bin schon oben mit boah Ich bin schon oben mit boah Ich könnte eigentlich Er, geh runter Der eine Typ ist einfach runtergelaufen, weißt du Weil er dich töten wollte Und dann ist er da runtergelaufen Bist du, er mich nicht frei? Ja, warte, wenn wir das jetzt da noch bekommen, hätten wir Opa safe Ja, aber warte, warte, warte Ich schieße mich Du hab nur erste Da kommt jetzt ein Warte, ist der noch Nee, voll Genau, Jus, genau so Ich hab wieder zu wenig Blöcke, fuck Komm nicht hoch? Du hast noch Stärke, oder? Jus? Hast du einfach getrunken? Ich baue das ab Das ist ab Jus, geh einfach mal weiter nach vorne Der kommt Hat nur zehn Blöcke Ja und Ja, geh einfach, Junge Jus, jetzt geh, 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 geh Geh, dass Vira dann machen kann Ja, jetzt, Vira, kommt drauf Aber da unten ist noch einer, ne? Guck mal, Jus hat's geschafft Vira, du musst ihm heute schon helfen Wir hätten's Zeit drauf gehen zu angreifen Ufa, 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 Ufa Der einer ist down, komm Ich hab über uns Deck Eis, ne? Oh, schade, schade Eine, aber ich hab... Schade Wie lange noch? Jus hat's noch vier, äh, noch zu drei Minuten Zeit Ne, wer scharf, wir joggen auf jeden Fall, oder das nicht? Klar, klar Ja, jetzt... 64 Eisen, Junge Lebt der Bauch von denen hier noch? Äh, der eine, ja Oh, der, der muss die ganze Zeit liegen, der ist so low, ne? Nicht mehr lange Jetzt hat jemand anderes Bauch Kiddy Okay, Jus, gehst du jetzt wieder ganz hoch? Nicht ganz hoch, ich rush noch immer so Ich glaub schon, dass sie drei Bogen haben Oh, na safe, äh, bring mir am Punkt mehr Blöcke dazu, damit das... Drei Bogen Mehr von denen Weg Ja, warte Ich komm hier wieder safe hoch, oder? Äh, weiß Die Maratuni Äh, wo meinst du? Ja, natürlich 3er Ja, ja, klar kommst du da hoch Oh, ich geh mit 3er bekommen Hä? Ich geh jetzt mal hoch, safe, dass du... Du kannst eigentlich einfach drauf... Oh mein, ich könnte vielleicht... Warte Ja, du kannst einfach zu... Ah, ne, warte, das sind zwei Leute, tschö Drei Leute, weißt du Ja, ja, 3er, weißt du Äh... Ja Ja, Benni, das ist eigentlich falsch mit dir Ja, ne Speck-Chat, die sind... Ah, halt, ja Und er macht gleich was Snowy, bist du da? Was, echt? Ja, was, echt? Oh, ha, Snowy! Wieder mit dem Führer nicht zuhören Nee, aber ich würde da so was anderes wollen Okay, okay Ich tu mal den Kopf in die... äh... 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 Nicht gut, nicht gut Und da Pauli... Mirja... Äh... Da kommen wir da... Die wollen jetzt... äh... Alle zu zweit mit Full-Ecrypt draufgehen Einer von uns nicht Ja, warte Alter, der... Da ist... Ich tu nicht... Ira, mach einfach... Jetzt am besten niemanden töten, Leute Versuch... Ja, okay Ich hab... ich hab... Go, Yuz, go, 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 go Juz! Wenn du's verkackst, Alter, ich... Fick deine Mutter, Alter Oh, Yuz, jetzt... Stärke, Yuz Hab keine Stärke Hä? Hab's vergessen, oben Egal, egal, der hat ein Schwert, der hat ein Schwert Pass auf Yuz hol den, wenn du's verkackst, Yuz, ne? Bitte lass ihn dir nicht Pass auf, da kommt jetzt einer Yuz, das verkackst du jetzt nicht, oder? Pass auf, du brauchst schon ein Bit ab Was machst du? Der kann nichts im PvP, den kriegst du Ja, nee, aber... Ja, ich war low Du hast die Stärke nicht mitgenommen Der war mit zwei Blöcken weg Von, kannst du den da treffen? Der Stärke war noch in der Stress Komm Das war so gut, also Das war so gut, also Ich will einfach essen Wir, 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 wir oben, wo? Da, vor uns in der Base, sneaked einer Wirklich? Ja, also über uns Ja, also über uns Ja, einfach vor uns oder? Apo, ohne Dennis, ich geh Jetzt hast du gepassiert Apo, komm jetzt von Apo, jetzt über da Wohin ist denn? Auf, ich sneaked der dude, wo? Da, hier, okay Ja, genau, über uns Warte, ich schau mal Ah, das dumme ist... Ich springe, Dennis Ja, bekommst du Nein, was? Hab den G-G G-G Er ist dumm, ey G-G Oh, man Schale Komm, komm Komm, komm Ja, ey Ey, der kann runter schiessen, man Ich bin oben Aber ich kann eine aus den Innerschaft runter schmeißen Ja, oh shit Ich komm mit Leitern Fuck Ja, komm mit Schoss Ey, ich komm wahrscheinlich nicht ganz hoch Warum nicht? Pong, hast du Blöcke? Ja, ja Schirm wegen Leitern Mach doch halt, warum hast du keine Leitern gemacht? Ja, hab ich's vergessen Ich dachte, ich bin schon mal entzogen Hm Hm Du, ich baue immer noch Ja, dann bau dich aber seitlich hoch, dass du da gleichzeichen Hunden schutz machst, weißt du Ähm Ähm Äh 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 Ich seh's, ich seh's, ich bin da Ich warte ab Alter Wir müssen das mal ab Ja 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 Äh Ähm 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 Wenn ich paar Blöcke verliere, komm ich nicht hoch Äh 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 Ich hab alles in die, ich hab alles in die normale Chest Äh 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 Wenn du jetzt Kannst du jetzt hier Pong boh nehmen? Ich bin nur in der Tür Ich bin nur in der Tür Äh Äh Los, ich kann die Leitern machen Pong jetzt Pong Äh Baut da noch so einen kräslichen Weg, Alter Ja Okay Ähm Äh 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 Du bist essen in der Türs blöcke in in der Türs Tja Achso du weißt wie Pong jetzt ne? Ich hab boh ich hab boh den jetzt, du guckst jetzt, du guckst jetzt ne? Ja Baust du den? Jaa 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 Du musst doch jetzt Pong ne Boat troppen oder nich? Ja Pong fängst du? Ja klar mach Jaa Danke Jordan Komm 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 Ja Gib mal Rod Gib mal Rod Gib mal Rod Oh nice Essen noch? Alter ich bin Essen hab ich das noch Das war so kurz von der Kante ne? Das sind glaube ich Ich hab zwei Herzen Ich hab fast dann vorbeigeworfen Ja Da schießt mich die ganze Leute Ist ja um ein Block Das war alles gewohnt Der ist weg Nein ist noch nicht weg Der nicht nimmt sicher meine Rods hier, ich hole den Ich hab eine Person Digga tu, digga tu Ah ich schieß noch Was machst du? Essen Mach den Alles gut Tschüss Kann ich Böcke haben? Ja Warte noch mehr Ich bring dir Wir können wieder alles in die Endeschuss tun theoretisch Du hast ja auch voll Equivalent 3 ab Was los? No das ist richtig vorlich nicht genug Ein Typ es steht die ganze Zeit Ich hab ja der L3 bloß für dich gemacht Du raus Ja digga Ich dachte es ist keiner weiß Musst du essen denn ich? Nee nicht Nee er ist gut oder was Ich will dann essen Weil die haben gerade nur rum gemacht Ah mach ich später Nein 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 Das kann ich dazu Jus die 13 Dings haben hier ne? Mit der Stärke platform? Nee nee TNT doppel platform Bist das Pandao Oh shit man Das war versteckt man War klein in Wahrheit erstmal Ist mein zweites Account Weiß Soll ich die ist jetzt die Bowes weg? Die Bowes von denen weg springen? Nee Wir können mit scharfen Bowen von denen weg springen Ja aber wenn die Die safen das Alles verkackt Also das hat wirklich perfekt Aims Achso du meinst Achso du meinst Komm ich einmal 1 second Sind alle Base jetzt von denen Nee keiner kommt 1 second Ich glaube ich gerade Jus die 2 Schafe sind drin Warte Die dominieren Ja tu die ja nicht Also bisschen Na ja Jus willst du jetzt machen? Was hast du jetzt platform? Genau Ja ich kann Ich schau mir jetzt die Lager an gleich Ja ok ich mach noch Full Equip für dich erstmal Jus check die Lagerlager Oh Jus alter was wird jetzt passieren Als Warte nein das hast du Es ist in der Luftblech explodiert Wollte mich verarschen alter Ich glaub Ich dachte du bist ne Hürte alter Jus du hast hier Full Equip Das Schaf hatte Husten alter Hä? Hä? Ist es da rüber gesprungen gerade? Was ist das? Was ist das? Schaf alter Die sind so kresselig alter Ist es down oder? Warte das fickt den glaube ich Ne das ist runtergekommen Ne das ist down Alter was war das denn Schaf? Wie war das gesprungen? Wieder Schafe Jus Oh shit Oh shit Haben die TNT Shots gebaut? Ja machen die gerade Wie viel ist der Base und den? Wir chillen haben wir jetzt die ganze Zeit Und ich mach einfach ewig viele Schafe dann Ok ok Ah ist klar Na geh ich Soll ich na hoch gehen ne oder? Ja du kannst mit Non Equip Gib dein Equip in die Chess Und dann kannst du Ja das ist L als Level 1 Oh shit ich hab noch Heelport to use Ich glaub die bauen den dummen TNT Shots oder Kann man vorbei droppen Warte Ja ich Ja kann man Überste Platte ignoriert Ist dann aber dann die unterste Ah ne warte die bauen jetzt so schrägen IP-Schutz Äh TNT Schutz Die wissen dass du Schafe machst Ja ich will über TNT machen Hä? Hallo hier ist der Nummer Ach man äh Jus Wir waren nach Und Mami Und Mami Und Mami Ich greif die mit meiner Angel Nein ich die Schafe existiert Ey was sonst zu Menschen Warte, genau da musst du spielen! Oh mein Gott! Der Schiff ist... Oh fuck! Alter, wie schlau war das? Das ist echt richtig schlau. Du musst einfach nur am E-W-Kannen machen. Ich hab nur eins gedoppt, Vira. Also wir können weiter neu machen. Brauchst du wieder eine neue? Ja. Kommt sofort! Ja, siehst du jetzt mal. Let me look in your eyes. Hit the OG. Jus, ja. Aber Jus, du musst dabei nach hinten rennen, ne? Wenn du es scharf machst, sonst schubst du es runter. Das muss ja am besten, weil du ein Hörter bist. Ja, nein, ich spamme die nicht weg. Ja, jetzt gehe ich auf die Base dann. Was haben wir jetzt vor? Warum machst du es eigentlich mal über den anderen Typen? Der steht viel unsafer als der, wo du gerade bist. Ich bin so vor, mich da hinzubauen. Egal, aber Ufer, ist gut, Punkt. Deniz, darf ich? Ja, ja, mach. Die werfen mit uns den Enderperlen, wie Notback Crew. Haben die Ender Chests oben? Nein, aber die können instant hochkommen. Gerade kaum ein Vollequipped, der die ganze Zeit Base war. Der steht noch dein Leben lang, du oder hast du? Soll ich mir eine Rod machen? Soll ich mir einen Eisenschwert machen? Ja, keinen Eisenschwert nicht. Ich mach mir eine Rod. Wie viel Gold haben wir? 20. Mach EP Stärke. Wir rechnen deinen Account in 30 Tagen einfach Heil Vira. Okay. Nein, 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 mach nicht. Komm zu kurz. Der hat Eisenschwert, oder? Der hat Eisenschwert, oder? Der hat EP in der Hand. 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 Hast du das ausgenommen? Oh mein Gott. Hast du das ausgenommen? Nein, ne, ne, weil ich mal am Kopf habe. Ja. Ihr habt nur Stärke. Egal. Alter, was waren da drin? Ja, EP in der Stärke habe ich gerade gemacht. Hast Stärke dafür, Jus? Ja, dann haben die ja 13 Gold gegen 13 verschwunden. Die haben 13er Bo, Junge, oder? Ja, ne. Können die nicht haben. Alter. Okay, das war knapp. Hey, warum sind die überhaupt so weit gekommen? Ja, EP da oben. Naja, ich hab's gesehen. Wusste ganz genau. Ja, ne. Wusste ganz genau. Weil er muss ja stark sein. Genau. Wohl weg. Der hat aber nur Ender keine gehabt, ne? Erschlob, nüt, erschlob. Ja, ja, ja. Ja, gleich findet man sie. Baby will not base. Jus, kramp. Bin ich nicht. Komm jetzt auch. Bist du ab mit Jus. Ich baum schießen ab. Also hat jetzt die Perle gelootet, ne? Ja. Mach mir mehr Schafe. Warte kurz, Jus. Aber der hatte nur Enderpelle, ne? Ja. Hat der auch Eisenschwert? Nee, komm, nee. Sonst hätte mich getötetet. So fliegt er nicht. Ja, Wonstack, 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 Wonstack. Ja, Spex. Hi. Okay, jetzt können wir alles selbst sehen theoretisch. Ja, da fühlt sich eh selbst blicken, wenn er dann so rot. So, hab ihn. Ja, oben ist nur einer für MLG, da der hat ein Steinpicker. Ja. Na komm, mach dich immer neue Schafe. Ja, ich mach. Wong, du kannst in der Rechts-Hit-Boxen. Ja. Ja. Du schaffst an. Ja, das schiegt doch gerade, ne? Auf meinem links. Boah, Plim. Lass dir nur nachschauen, wo ich unterbrechen bin. Halt der Celtics Army, wir haben 60 Zuschauer. Du, du bist jetzt Zuschauer. Die Insekten war echt geil, oder? Also, was ist das? Ey, Punkt, Benni haust du jetzt... Benni, du haust dir jetzt 1MD Tokio, ne? Ja. Die Geräusche sind sexuell. Oh mein Gott war das scheiße für mich. Ich bin runtergelaufen und nicht. Und das nur weil er meinen Skin hatte. Er hat sich runtergefallen oder was? Geht hoch geht hoch geht hoch. Jaaa GG Mann, ich hab dich kassiert noch bei Gurenzone hier. Pong, geh in den Kopf. Boah, noch nicht mit Endzone zu. Weil ich brauch nicht zum safe fahren. Bist du dumm? Ja hallo, ich komm mal. Ich komm wirklich dumm. Boah, Leute aus dem Hintergrund. Pong ist wirklich dumm. Was sagt der Mann? Ich? Ich bin dumm. Nein, 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 nein. Ich meinte der eine, der es gesagt hat. Ja, Willi. Digger, alles klar. Alter, wer uns alle bekommt, Mann. Wahrscheinlich. Ich krieg den nicht. Digger. Ey, wir brauchen ein paar mal schnell. Dennis. Wie viele Ante noch? Kann ich machen? Ich dropp mich. Ich brauche nicht, ich blieb. Hier, hier. Du siehst, ich bin unten durch, weiter, ok? Ja, ja. Auf und in, ist oben. Damn, Babi. Jaaa. Alter. Schon jetzt, Alter. Ja, wir sind 10 Euro in der Base gestanden wegen dem Spassi. Ei, da sind wir oben, oder? Ja. Wie kommen wir so schlecht nach mit Bo? Hä, die sind vor uns am Weg gestanden, auf dem One-Stack, konnten ich hoch. Da hängen, konnte der? Ja, muss ich. Und lasst einfach auf Deathmatch spielen, ne? Nein. Wir kriegen das ja eh noch. Wir müssen jetzt eh noch los sein. Alter, ich freu mich nicht drum. Hä? Ist das grad sein Ernst, oder? Ja, Mann. Ja, chill jetzt mal, Leute, Mann. Ja, chill jetzt doch gerade. Ja, chill jetzt doch gerade. Junge, wir hatten... Ich hab so Bock auf Deathmatch zu spielen, Mann. Ja, der verschillt, Alter. Ja, komm. Egal, was ist von mir. Und fliegt runter. Ja, man kann's sagen. Junge, der bockt! Ja, der bockt, Alter. Betonmischer, Jus, Alter. Äh, Paul macht mal ne Chess. Äh, macht der ne Chess? Ne Chess. Ihr könnt hoch! Der hat Hacks. Was? Das ist ein kleines Kind. Ja, dann. Du musst dich stemmen. Jus. Nein, nein, ich stelle nicht. Was? Alter, sag doch! Oh mein... Leute, wie hat der dich denn bekommen? Oh, Denise, Mann. Hat sie jetzt Bock verloren? Ja, Junge, was kann ich, wenn der auf nicht drauf springt mit dem OPC-Sick? Ich würde doch sagen, dass da einer kommt, wenn ich den OMS-Spam erkleide. Specs, seid ihr da? Oh mein Gott, wie ist die OMS-Spam? Wir haben keine Specs. Boah, mit Pong, ich will nicht sehen, was wir brauchen. Ja. Warum haben wir eigentlich nie Specs? Ja, ich bin doch da, Alter. Mhm. Ja, du kannst nicht specken, du bist so Spaß. Ja, wie? Ich kann nicht specken, Alter. Nein, Spaß, Alter. Das war Pong jetzt, äh, Pong, bist du da? Ja, ja. Soll ich hoch? Ja, okay. Einfach Leder, das ist doch noch. Bauer hochbringen kann ich auch, das ist echt krass, ey. Das hat mich sogar diese Titan gesagt. Äh, MG gleich. MG, passt auf. Ja, ich hab grad keine Kante. Ich hab noch 50 Blöcke, wie du das? Gib mal, gib mal, gib mal. Gib mal, gib mal, gib mal. Ich bin da, ich bin da. Achtung, 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 rechts. Einer auf, noch mal, noch mal einer, noch mal einer, noch mal einer. Wenn der das Blut bekommt, der hätte ich geschrieben, oder? Junge, ich hab der in die Luft getroffen, ne? Ja, ja. Ganun für Pong, mit Pong. Ja, ja. Dennis, ich bleib bei's. Wenn Pong noch Endertest mitnehm ich, weiß nicht. Jaja, schlecht mit. Endertest, ja, dann ist Pong halt schon. Ja, ja. Ja, Pong sitzt oben, ne? Ja, dann nimm du. Ja, dann ist Dennis alleine, aber ich hoffe, dass Dennis. Geht schon. Ja, Pong ist da oben, die können auch keine energy mehr machen, bei Pong sie habs. das ist ein handy gehört man müsste so etwas anfangen wenn du ein handy nehmen dann hörst du das ist ein strom schlag hier heute wird er und da ja was du willst du deine sache ja ich gebe auch leitern und so er hat sich jemand runter gesprungen heute ist auch jemand gesprungen kann sein wir haben jetzt in der schüttung der jahre haben wir mit vier mit ihr mit leitern drin man ist es schon ja haben wir weiter damit weiter blieb fließt ja ich ich das ist eigentlich das und das ist Ich nehm euch halt weiter, Alter. Was? One stack einer. Ich hab kein Po, Achtung. Leute, Jus, Pong? Ja, ich kann ja nicht so oft schieben. Ja, Pan. Jus, bist du da? Naja, ich... Nice Pong! Ja, ich hab's ja gesagt. Ich hab grad versprochen. Das darf man, das Backbone, aber nicht. Was? Spaß, Alter. Du bist sehr bezogen. Ich find Ice ist so ein witziger Mensch. Alles klar. Ja, nein, Ice ist so unberechenbar. Ja, wäre, wir hatten eigentlich vor 6 Minuten... Was? Ich bin unberechenbar. Wir hatten eigentlich schon vor 6 Minuten gegen die. Warte, ich sagte immer, dass wir gleich können, ne? Nicht, dass die... Wir spielen schon gegen die. Echt? Da steht schon 1-2 für uns. Wenn ihr rafft alles, Alter. Ach, du, nice ist nicht mehr? Ja, ja. Von mir. Ich schieß nach oben, ja, ungeg, ungeg. Emelie, die nicht gleich. Halt schon mal. Ja, schau, wenn du das die ganze Zeit sagst, ne? Und irgendwann hör ich nicht mehr aufrecht. Warum halt dein Moll? Ja, ne, dann hör einfach immer auf ihn. Er hat gesagt, Emelie schickt gleich. Ja, nur deine Reaktion fest. Jetzt, jetzt, guck. Ja, pass auf. Er muss sich da mal runter. Jus, müssen das abbauen, oder? Hier und springen runter, wir und springen runter. Das Problem ist halt, der muss sich halt einmal wegknocken. Ja, das Problem ist, bei uns da kommt auch einer. Okay, okay. Wenn die sich kommen. Hier, ja, ja, ja. Oh, der eine hat... Ja, beide... Ja. Oh, oh, oh. Ahhhh. Wo ist die Ender-Chest? Wo ist die Ender-Chest-Punk? Krasse Move, die Sache. Ah, schon. Ja, ja. Ja, ja. Ja, bitte. Ein bisschen unten. Wie die da oben einfach zwei Bows haben, die Huren-Söhne. Die Huren-Söhne. Ey, gestern eher das Spiel, ne? Wir haben ja so, ähm, 200 verloren gegen, äh, keine Ahnung, gegen so Randys, ne? Und dann hab ich ja, der eine so GG-Hashtag... Ja, wie heißt ich dann nochmal? Sagen wir... Ja, keine Ahnung, gleich hab ich halt die Fresse, Junge. Wie passiert jetzt was? Ich weiß nicht. Und die Minecraft-Polizei wie? Ja, ja. Nicht so. Ich geh mal vom One-Tick-Way, oder? Ja, wenn die mit zwei Bows so umstehen, wüsste ich... Geh mal zwei Bows, das ging nichts. Nee, ist der zu zwei Bays einfach wieder? Ja, der schießt... Nee, du kannst... Kannst versuchen mal unten durchzubauen, dann müssen wir nicht drei Bows machen. Ja, aber wenn... Ja, aber wenn... Ja, aber wenn... Dann müssen wir unten auch noch... Ja, aber Perle, Jus, ne? Dann sind die doch noch mehr unter Druck. Ja, Jus, Perle, was meinst du? Ja, okay. Ich bin über denen gleich, ich kann Rettet davon machen. Vira, bau einfach mal unten lang. Mach ne Maschle Lab A an. Ist russend mit der zwei, geht zur Zeit voll Liquid Bays, bitte. Ja, jetzt sind da. Und dann Blöcke... Blöcke Ender chest. Hab ich noch? One second, hab ich noch? Ja, ich... Ja, ich... Ja, ich... Achtung, Achtung, wieder... Ja, den ist ich seltsich jetzt. Jus, man welchen Account spielst du? Achtung, der will chestluten, glaub ich. Jus. 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 Jus, warte. Ich hab sie... Ich hab sie geklaut. Weil Pong ich jetzt über dem Bays und kann die Schafe umzumachen. Ach so. Und macht einfach ne neue. Dennis, mach die Schafe für Dings, erstmal mach das ab. Warte, ich kann die Food droppen. Na, warte. Jus. Jus, bis jetzt auch du über dem Bays schon bist. Pong, Pong, Pong. Essen. Du bist ja wirklich fast über dem Bays. Gib mir dem Apples. Ich hab vier Schafe. Du nimmst ja auf? Ja. Viel Schafe, Energies. Tittenfick. Tittenfick. Ich lass sie ab. Wie schießen wir raus? Was lauerst du hier? Das hat Willy ganz gesagt. Du baust nicht alles ab, ne? Ich weiß, was du meinst. Das ist eine eklige Frau, oder? Nein, nein.